Du hast schon wieder eine Katze! Du hast wohl wieder eine Katze! Ich hisse ein bisschen was! Warte, das sind auch welche! Damit sind wir live! Wir spielen wieder seit langer Zeit Clustertruck! Heute sind wir zur Abwechslung eigentlich wirklich... Das ist aber manches nicht. Es ist gut, dass man sich Masken fühlt. Wir spielen heute wieder Clustertruck. Und zwar, es ist dort im Vergleich zum letzten Mal kommt noch ein bisschen Stacks zu dem Ganzen dazustellen. Wir machen es ein bisschen interessanter und zwar immer wenn nach 5 Mal sterben tauschen wir durch. Und immer wenn die 5 Leben verbraucht sind Entschuldigung, ja, dann tauschen wir durch. Und wenn einer das Level geschafft hat, dann müssen die anderen, die das nicht geschafft haben, ein Standball drängen. Was ist eigentlich, wenn ich das jetzt schaffe? Werden meine Leben dann resettet oder nicht? Das heißt, ich schaffe jetzt beim dritten Anlauf mein Level Hätte ich schon gesagt. Will ich dann wieder auf Null druck setzen oder bekomme ich dann nur 2 Leben beim neuen Level? Ich habe gesagt, du kriegst wieder auf Folie 5. Okay, passt. Das ist ja wieder mal eine klassische Park-Metalways-Edition. Cool. Kampaign. Achso, da waren wir jetzt auch. 2 waren wir, glaube ich. Im Forest. Wo auch 2 Labels waren. Ich weiß nichts mehr. Die Steuern muss ich mir erklären. Wir sind auf W.A.S.D. F.A.S.D. F.A.S.D. Und du hast, glaube ich, auf der rechten Maustaste noch irgendetwas was zu... Oder irgendwie kannst du flotten auch. Ja, wei. Und du kannst von der Seite von den Trucks irgendwie irgendwie... Okay. Und wir changen. Ich muss ja gar nicht so einfach... Oja! Vor der Gegenkunft 3 habe ich schon gebraucht. Ich bin jetzt zu oft. Ja. Ich hab überhaupt eine Witze in mir, dass du schon gebraucht hast. Oh! Schütt! Ja, zwei, Alter. Es ist der dritte Versuch. Fack, Alter. Ich hab gesagt, ich hab schon 3 verschissen. Du bleibst einfach stehen. Du bleibst einfach stehen. Und das ist so oft zur Staffel. So, schaut's aus. Alter, bist du da. Das ist eine Dreckheit. Das ist eine Dreckheit, Alter. Das ist eine Dreckheit, Alter. Wie sie... Du hast jetzt nicht so viele Punkte. Ich fahr jetzt zumindest nicht. Dann sollen wir schon ein paar Style-Points dazu nehmen. Ja, aber fang jetzt wieder von Null an. Jetzt fang wieder von Null an. Level 2, 3. Ja. Benz kannst du schon mal wieder mischen. Misch gescheit. Mach die Mische. Boah, fuck. Ich muss... Nimm alle runter. Geh schlecht. Ich schaff das schon wieder. HAUERA! Alter! Das ist ein Scheiß, Alter. Nicht öffentlich. Ey, wir müssen einen Break machen, sonst komm ich nicht nach. Ich bin nachversuch. Ich bin gegen den Schild geflogen. So viel zu... Saft und Zweig. Ja, ey, Alter, wir saften sind... Wir können uns jetzt was kaufen. Warte mal. Ja, geh mal zum Shop. Du kannst dir nämlich so Abilities kaufen, dass du... Du bist jetzt dreimal draufgegangen oder zweimal. Naja, es wird ja resettet, wenn du ein Level schaffst. Oh ja, ohne Scheiß. Ja, haben wir gesagt. Ja, aber was tun wir da jetzt? Entzappen, Leute. Hahahaha. Warte mal. Jump. Ich bin mit dem Double Jump. Ja. Den machen wir. 15.000. Nehmen. Kann man sich da noch was leisten? Nein, nein. Aber Double Jump ist wichtig, Alter. Warte mal. Ist das jetzt equipped, ja? Ich glaube, du kannst von beiden eins. Warte mal, du sagst. Eher oder weniger weiter fliehen kannst. Oha, da geht's schon weiter. Alter. Wir haben das auf jeden Fall falsch gemacht. Ah, jetzt hab ich geschneiden wie der Double Jump. Ja, aber jetzt hab ich geschneiden wie der Double Jump. Weil wir werden immer mehr angesoffen und er wird immer besser im Spiel. Ja. Double Jump ist geil. Gelegt beim Ohr. Ja. Ja, zwei. Ich hoffe nur, dass du das verscheißt ist. Aber ich glaub, die Levels sind auch noch nicht so hardcore. Ja, der hat cheatet, der hat cheatet. Da schau ich's an. Boah! Da kommt mein Ohrkarte, Hurenkind. Ich hoffe, du saust so viel. Ja, haust es wird nix mehr. Jetzt kann man nicht ab dem Spiel und nicht spülen. Das ist so viel. Daneben! 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 Da! Vier! Angelo, Angelo! Vielleicht das fällt raus. Hoffentlich. Ja, jetzt drückt er es einfach durch und fahrt mit dem auch los rum bis zum Ende. Nein, die fallen ja auch los rum. Da! Passt, ey. Man, jetzt haben wir gerade eine Summe hier schon so, okay? Ja, hast du nicht gesagt, oder? Nein, bleibs nicht da stehen, wenn der Summe steht mein Saft. Oh fuck, eyder. Ja. Aber was soll ich? Also, du brauchst für die ESG und den mehr Tasten. Ja, eigentlich schon. Okay. Bist du da? Boah! Boah! Der hat scheiße zu tun! Ah! Ohohoho! Nicht schlecht! Wie machst du denn bitte so einen extremen? Wir haben einen Double Jam. Haben wir doppelt da? Ja. Wir haben eine geile Double Jam. Ja, das sieht so aus. Da ist ein LKW umgestanden zu sehen. Oh, da hat er's. Da hat er's. Da hat er's. Da hat er's. Also gut. Das war's noch für uns, mein Benz. Ich glaub, du passt heute das an der Stellers. Mal schauen mal. Ja, ich klingt da eh so eine Revenge. Ja, dann schauen wir mal, ob's da noch zusammenbricht. Das ist ja nicht so gut. Ist das, ja. Ich glaub, dass wir ihn zurücksitzen ist eine schlechte Idee. Das schmeckt, wie was ins D-Geschäft reingehst. Ja. Ja, der macht gar keiner wieder. Ja, soll ich dabei probieren, oder? Ist ja klar. Ja, ich warte, bis sie fährt. Nein, schluss. Nein, schluss. Du bist so wei. Oh, schluss. Oh, schluss. Oh, geht's im Bein. Oh, da fallen alle hinab. Oh, süßen! Oh, ey! Da fällst du erst mal das zu. Jetzt schreist du. Alter, da können wir gleich in der nächsten Nacht landen. Alter, fickt's euch. Jetzt warte mal. Ich glaub, dass wir wissen, das ist nicht so gut in der nächsten Nacht. Aber die Level wär nicht voll hart geworden, die Folge. Ja, da. Aber wir haben einen Moment. Ich glaub, 10 gibt's aber so 10 Worlds. Jetzt ein klein nirgendwo. Weiter geht's. Weiter geht's. Krass, der Schwach. Das ist Folge 5. Also Level 6. Level 6 schon. 6 schon. 2 Level 6, ja. Los ist das fünfte Level. Alter, ich brauch viel mehr. Ich brauch viel mehr. Ich brauch viel mehr. Ist auch nix. Ist auch nix. Weiß, oder was? 2. 2. Ich weiß, dass es auch so eine Fähigkeit gibt, dass du selber einen Loster beschwörst. Uns? Ja. Fuck. Da kannst du halt dann unter dir so einen Loster sparen. Ich weiß ja, sicher ist es jetzt. Sicher, ich prinzipiell. Du würdest ja nicht am 0 sein, oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich glaub, du hast auch so ein Movement Scheiße. Du musst auf die andere Seite nehmen. Du musst auf die andere Seite nehmen. Du musst auf die andere Seite nehmen. Ja, was da? Boah. Ich bin ja nur am Putzen. Das hat gesagt. Ja, ich bin das Level scharf hier. Oh ja. Du musst auf die andere Seite nehmen. Ah. Wie viel oft? Ich weiß. Einmal. Du musst auf die andere Seite nehmen. Ich auch. Das ist viel schwer. Nein, ich weiß nicht. Aber rein ist pathetisch. Ich muss auf die andere Seite nehmen. Ja. Harte. Harte. Ah. Ah. Daneben. Alle hassen uns, aber sie schauen. Du kaufst da in der Luft die Lust. Nebstählen. Ah, fuck. Eins. Mit Double Jump einfach nur wieder leer lassen. Double Jump ist einfach 2 Minuten. Also leer lassen und leer lassen. Nur in der Luft. Ja. Rechts oben musst. Ah. Wow. Ey, ich will gar nicht, dass das schafft. Ey, ich will schulden, dass er es schafft. Achso. Heißt du drauf? Heißt du drauf? Heißt du drauf? Nein, du kannst dich nicht festhalten, oder? Aber du kannst, wenn du zum Beispiel auf der Seite vom Lastwagen bist, kannst du nur mal springen und dann schießt du in den Tee. Geh schon. Oh, der ist gut. Ah. Gegen die Lachen. Wie viel waren das jetzt? Mit vier, oder? Ja. Ja. Jetzt erst einmal noch. Nein! Eieieiei. Kann man da unten durch? Ja. Muss aus. Ich spiel aber wieder ganz Viere. So schaut es aus. Scheiße. Du spielst du Viere. Ja, schau dir das an. Nichts war das. Ja, was ist denn jetzt? Es ist einmal 2 Bier da. Du meinst das auch nicht. Haben wir nicht gesagt, wir lassen das Bier da stehen? Ja, ich habe die Chance. Aber bitte. Ah, ich spiel von Scheiße. Das schießt heute Leben von euch. Mhm. Sehr gut. Ah, der blockt! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Der hat nur die Blockteile. Der hat nur die Blockteile. Vorneinste Versuch, oder? Ja, voll. Boah! Gib ihm! Jetzt! Oh, ey, dein Scheiß! Nein, voll eingeschert! Voll eingeschert! Gehüpfer! Letztes Leben, oder? Ja, voll. Ja. Jetzt habe ich alles riskiert. Wie heißt das? Ist das jetzt 7 oder 6? 6 heißt das, ich glaube, ja. Der Hupf! Na! Ja, du! Ja, du! Ja, du! Ja, du musst nicht warten, scheiß dich nicht auf! Du musst nicht einfach patzen! Auf deinem Platz! Ja, du! Und jetzt habe ich mich angefallen in dir! Na, da stimmt das nicht. Wo ist das? Ich hasse... Mein Startbrot ist schon das mittige Meins, oder? Nein, das ist auch mein. Das steht da! Das ist mein Platz! Das linke Zeug hier, das mittlere Meins, das rechtliche Meins! Also, das war der Jagd-Latsch, das Meins. Der f*** dich! Lass jetzt noch das letzte was vorher jetzt selbst! Schau! Ja, 2. Habe ich auch gesagt. Oh, er fühlt so hektisch war's, der Hund! Halt! Halt rein! Ja, aber das ist der Spaß an dem Spiel, ich muss nicht. Das ist ein gutes Thema. Jetzt können wir jetzt da nur eine Rotation rein. Ich bin ein Problem beim Spiel. Oh, 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 oh! Okay, dann tun wir da noch drüber umfahren. Ja, du! Das habe ich nämlich falsch gehabt. Was ist denn das? Ist das denn jetzt noch nicht? Okay. Äh, Tata! Ah, du hast so viel zu weg. Geht nicht! Geht nicht! Da fliegen schon wieder die Lassen da! Du durchgeh! Nein! Da muss doch durchgeh! Ja, aufhle! Ja, aufhle! Ja, Moos! Ich freu dich nicht! Ich hab gesagt, der Abel schaubst du immer mit, dass ich... Ja, aber da muss ja saufen, Herr! Ja, wurscht! Macht doch die Arsch-Partie da mal vorbei. Und jetzt Abel! Nein, es geht nicht raus. Oh! Ich hab ja auch umgekupfen. Oh, f*** den Laster! What the fuck! Ah, scheiße! Hahaha! Du hast dich vorher den Laster ran gemacht. Ja, aber du kannst ja, wenn du am Laster hängst, auf der Seite oder sowas, kannst du springen, dann... Nee, aber du musst den voll von unten genommen. Nichts! Doubles! Ja! Ja, da hat er's! Top 1! No Problem, Alter! No Problem! Was heißt denn, ein Problem müssen wir farschen? No Problem für mich, Alter! Das ist ein gescheites Problem, Alter! Du hast dein Bolzen aber auch, Alter! Kein Problem! Ja, aber nur in dem Spiel! Hahaha! Das ist ja keiner! Ich glaub, der losst heute das Abdelsteffenz! Los haben wir im Westezimmer! Und schauen, was da los ist! Was ist da los ist? Was ist da los ist? Woah, da kommt der Laster! Was ist da los, Alter? Was ist denn da los, Alter? Pfff! Ich versuche nicht schlecht, aber da schießt es die Laster vor wo der Gegend war. Ja, ich glaub, der muss wirklich ein bisschen auf Speed setzen. Also nicht so, wie es da losgemacht... Ich hab' ich volles Handicap! Woah, der hat die Skull unterwegs! Ich hab' den los noch nicht mehr gefunden! Ich hab' den los noch nicht mehr gefunden! Ich hab' den viel einzwippt, du fährst noch viel weiter. Ja, aber ist ja dumm! Haua! Merkt ihr das? Nichts? Deins? Ja, ok! Ich probier's! Das ist wohl Schwarz! Haua! Das ist ein Witz! Was passiert da jetzt? Ich hab' mir die Laster! Ja, hab' die Scheiße gar nicht gesehen einfach! Vielleicht ist cool bei mir die richtige Herangehensweise! Ja, privat geht's weise! Ach, das schaut einfach aus wie der Sessel vom Lutz fängt, oder? Mach's gut, du jetzt! Ja, weiterholt! Jawohl! Und drüber! Oh, der Witz hat zu viel! Der Witz hat zu viel! Der Witz hat zu viel! Der Sessel vom Lutz! Scheiße, Lutz! Alter! Oh! Oh! Hupf! Ist der Laster gegrasht? Ist das der Filter da drin? Ah, da, da! Ich hab' ein Gefühl! Keiner! Filt das! Woah! Oh sh**! Oh sh**! Oh sh**! Oh sh**! Oh sh**! Oh! Der Hund hat die Oma gedreht! Oh sh**! Oh sh**! Der hat da dein Laster gecrashed! Der hat da dein Laster gecrashed?! Der Hund leitet doch! So, bitte, gehen wir! Fürft ein Blachstück beim Skifahren! Da blau rein! Bitte, nicht fahrt! Bitte, es ist schwer für die Loster! Falls nichts weiter geht, die Jägermeister heben! Oh, Wotersack! Ja, Hamara! Vielleicht bringt sie etwas, was auf der Karambolage steht. Jetzt! Ich weiß, ob du weißt, was das Richtige ist. Aber kommst du unten drüber? Ja! Warum passt das Pinot einfach nicht an? Statt, dass das die ganze Zeit am Köln ist! Am Köln ist mein zweiter Frauen! Jawoll! Bist du Hörer? Warte! 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 Das ist viel schwierig! Allesist gar gut! Warte! Oh, nicht! Jetzt Bye! Nee! Zum Beispiel Kad Shiftkyiy Kinder사 Ah, ok, das geht wirklich nicht aus, wenn man das probiert. Oh, ich hab noch was schön genommen. Jetzt. Uh, 2. Ich verscheid nicht, dann. Wie hast du das gerne in die Pfot gemacht? 1. In die Pfot gemacht. Was du da mal gewählt hast. Oh, krass, das war der Wille. Die schützt, die schützt nicht kurz. Ja, Alter. Und du darfst nicht aufgleichen? Nein, ich hab nicht aufgleichen. Und du darfst nicht aufgleichen und dann zieht das ja auf. Nein, du musst einfach mehr smashen. Smashen. Das Hund ist brutal dran. Ja! Alter! Oja! Dem war das möglich gewesen. Ja, möglich. Ja, möglich. Nein, da, du! Bist du harapierig? Wow! Ja, genau. Da hab ich dann wieder Fan gezogen, der ist so ein Scheiß. Das davor war Wahnsinn. Dann lasst du nicht nur an mich. Jetzt hab ich dir so viel Herzbruch rein gesteckt. Schau, wie weit du unten kommst. Kommst drüber, leider. Ja, kommst wahrscheinlich bis zum Ende. Darfst du? Mhm. Ich hab nicht, dass das aufhört. Nein, ich hab voll gekostet. Nein, ich hab voll gekostet. Voll gekostet. Alter, ihr seid viel schnell und sektisch, Alter. Das brauchst du, Alter! Passt, ja. Uhhh! Ja. Scheiße. Ah, ja. So weit war ich auch schon mal. Ey, da vorne ist cool. Jetzt fahr da einfach heim, der Zigeiner. Das ist cool. Uhhh! Jetzt hat's mich fast nachgekaut. Das war also wichtig gewesen. Ich fahr da mal heim. Die erst. Du bist scheiße. Ja, viel zu hektisch hast du gerade noch gesagt. Ja, Alter, weil der Zigeiner bei mir da gegen einen Baum gefahren ist. Ja. Dann wär er auch einfach gefahren am Fluch. Ja, aber du musst ihm auch noch richtig gecastet. Ich hab mal gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Du hast jetzt sofort mehr von uns. Ich freu ich nicht. Naja, wer hat denn jetzt vielleicht die Allzeit für uns? Naja. Ich glaub, schau, dass du ein bissel viel rüpfen musst und so. Nein, desto schneller bist du, dass du besser und weniger los kommst am Crashen. Ja, genau. Ja, leg mich, Alter. Da vorne ist schon die Tür, oder was? Ja, leg mich, Alter. Alter, da gehen ja die Wände zusammen! Was hießt, Alter? Ja, du musst bremsen wahrscheinlich, bis du wieder ausgegangen. Du musst schneller sein. Entweder schneller sein oder bremsen. Geht doch vegan-juice weiter eigentlich, ne? Ja, weil wir haben da noch saufen. Bei dem Flascherl. Wieso war er nicht mehr Hälfte? Geh, das ist ja schon. Drei, vier. Ja, ich hab immer so gemacht. Boah, da haben wir das Zaunschmeier sein. Ich war ja schon drinnen und das hast du mir gesmashed. Ja, oder langsamer. Bleib mal stehen. Schau mal, das ist halt nicht weiter. Aber es schmeckt mir gut, ey. Eigentlich ist es wirklich gut. Es schmeckt wie ein Teegeschäft. Weißt ja, ewig nur noch so. Und jetzt meschst du es? So was. Den spannst du mir auseinanderfallen. Aber du musst ja... Was ist denn da leicht wieder? Was ist denn jetzt? Warte mal. Dann haben wir's durch. Ich glaub, da tut's ja nichts. Außerdem kommst du ja nicht mehr vierig. Weißt du was ich mein? Ja. Weil ja keine Lastung mehr fahren. Ah, leck mich doch. Schau mal. Schau dir einen, probier's noch. Der drückt noch kurz in die Wand. Der Little Angel. Ja. Uh. Ey, bist du deppert. Wie soll's denn das ausgehen? Alter Junge. Pfff. Alter, das ist aber schwierig. Ja, Alter, du brauchst irgendeinen massiven Booster aus der Tür schießt. Du bist trotzdem heiß. Geht's nicht raus? Nein. Oh, war mir nicht schlecht. Du kannst hier rausgehen. Vierter. Jetzt muss ich genauso spielen, wie du es sonst das letzte Mal immer gespielt hab. Einfach vierig. Ja, und voll in der Mitte bleiben. Komm, ich weiß alle. Das war jetzt die Doppelbundsviel gekommen ist. Oh shit, jetzt hast du keine Lastung. Nein. Ich weiß nicht, ob er ausgegangen ist, aber die Lastung gewesen war. Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Das muss man schon sagen. Das ist schwer. Oder bin ich, glaube ich, mit Wanderkultur, oder? Ja. Oder Wander auf dich, mehr oder weniger. What the fuck? Hau rein. Ja, das habe ich noch. Ah, das ist kein Ausfragen. Aber der war gut gewesen. Ja. Der war gut gewesen. Sauber war der gewesen. Achso, Alter. Nein, da hat dich nicht vollbremst. Ja, ich hätte dich gerne. Alter, das war ein Arschloch. Nein, da hast du nicht. Ich glaube, dass die so ein bisschen random ist auch. Ja. Wie die Zaun fallen und so. Nein. Kaff das auf Führer. Nein, gelegt. Ja, der war gut, der war gut. Kaffst noch. Double Jump. Oh, shit. Da hat er es. Endlich. Auf den Zaun fallen. So, jetzt greifen wir richtig. Das war der erste Benz-Win, glaube ich. Der war. Das ist ein Schwein-Devil. Schau eigentlich. Das hat sich verrückt. Schützt du da ab? Ja, ja. Nein, ich habe schon vierter. Schau, vierter oder letztes. Der ist okay. Ist auch ein Giesi. Ja. Mit Frems und Jump. Die Höhre sind die Cheek glit. Die Cheeks sind glit. Ja, Benz hat auch nicht auf Stankgas. Oh, shit. Das sehe ich mir auch. Ich glaube, ich habe einen durch, oder? Ja, ich glaube auch. Achso, mein Cheek, ja. Ja. Hab da wirklich gerade geraucht. Also am Anfang nichts, was es gibt. Ja, ich sehe es. Ich meine die Höhepfen. Ja, aber nur Risken of Fun, leider. Das habe ich gar nicht drauf. Habt ihr schon ein Misch? Ja. 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 Fuck, das war schon die dritte. Die Pfeil hat auch noch nicht, gell? Nein. Ja. Ja. Haha, aber. Ah, das ist schon der letzte. Stimmt. Fuck, hast du nicht so einen Schuss rum? Der Schuss rum ist seit weit davor. What the fuck? Der Schick, der Schick, der Schick. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Ich sage nicht, dass du da losgestanden hast. Ahhhh. Ich habe Angst. Ja, Sücher! Ich habe schon wieder eine Last, was wir hängen tun. Ja, Hupen mal. Ahhhh. Was hat denn los da? Wann ist schon fünf? Nein. Ich bin mir sicher, es wäre jetzt zwischen vier und sieben Versuchen. Was hat denn losgesucht? Haha, Jörg aber. Stopp. Ahhhh. Ahhhh. Dann schenkst du es so her, dass es billig ist. Weißt du nicht? Du bist der erste. Du hund hupst aber immer gegen ein Feuer. Und tippst die Bands. Das ist das nicht. Wie viele Leben haben wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr eins. Hrrrr. Nein, das war jetzt schon so tagt. Okay, erst. Ja, also die Pfeiler machst du eigentlich echt gut, oder? Das war jetzt auch noch gar nicht. Pfff. Da schweiz ich blöd bei sowas. Hahaha. Schweiz weniger. Diese. Aua! Es geht, wenn man siehst, dann machst du das Leben. Brauchst du nur an der Lastung stehen bleiben? Ja, kann ich nicht! Halt du es mal! Und doppelt hupfen, wenn ein Pfeiler kommt. Kann ich nicht. Nein, kann man. Das macht jetzt verhult. Ui. Ui. Und Pfeiler rein, die Rachen rein. Warum? Du musst einfach. Das war der Witte. Das war der Witte. Ja, wir machen ein paar Witte. Oida! Easy. Hahahaha. Hitting. Two in one, alter. Ja, für dich stürzt du jetzt da eh. Pass auf jetzt, Hans. Jetzt hupst du da noch. Hoppala! Wo ist die Lastung? Da ist keine Lastung! Hahahaha. Jetzt spielst du es auf Witte, Oida. Ja, bestimmt. Das war nix. Was spielst du jetzt auf rechts, Oida? Was gibt's noch? Jetzt steh ich mal auf einen. Ohhhhhhhh. Ohhhhhhhhhhh. 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 Da hat er den Double Jump gebrucht. Ich glaube ich auch einen haben, oder? Ja, einen. Das ist wieder die Karache bitte. Was du schaffst das jetzt? Wer schafft das jetzt? Nein, geht's! Bist du nicht? Da kamen alle Oster entgegen. Nein! Ja! Ohhhhhhh! Bist du Däppert? Da ist nichts! Was ist denn? WTF, Oida? Ich muss schnell um einen. Ich sehste nicht. Ach, schütt. Du Hure. Das ist meine Kette, du Hure. Pfff. Hauwara! Oida! Werden das jetzt, Oida? Ich werde am Boden aber dumm kreuen. Freo! Bumm! Du weißt das, glaube ich, oder? Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich hasse das Level. Ja. Da waren drei wieder richtig geschossen. Bei den ersten fünf Level. Hoffentlich. Ja, was drein ist, der macht dann alles. Wieso? Und dann früher, dass du wieder mal loskommst. Und dann musst du eigentlich zurückgehen, weil sonst hattest du dich drüber. Genau. Aber du gehst nicht mal vier hin und springst, oder? Und dann musst du jetzt zum Jumpen. Bist du Däppert? Bist du Däppert? Ja, dann nimm das doch mal! Aber schau, da war schon wieder so ein Scheißloch. Ja, war scheißloch. Pack, jetzt soll er aufpassen. Das heißt, müssen wir wieder aufs Speed spielen, oder was? Nein, aber... Ich glaube... Was ist denn da, Leicht? Ja, gut, Alter! Was soll ich da machen, Alter? Was soll ich mir da machen? Bitte! Ich hab schnell vier gekauft. Ich hab mal... Ich hab gesehen... Knopf! Oh! 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 Soviel zu... Jetzt zum Mädchen! Machst du mit dem Becken auf der Gutsche rein? Ja, sicher. Ich mein... Warte, ich hab's nicht aufgemacht. Dann gehst du da an. Oh! Irgend so was. Ein Bier. Donut! Verdammt Zeig! Ich lass einfach was da stehen. Wirklich? Da steht bei uns, da steht immer dein eins. Dein Bier ist immer das... Dein Bier ist immer das, was irgendwo steht. Seht man so einen Timer. Wenn man's immer für die nächsten 10 Minuten schaffen, gibt's eine Egerung für alle. Nicht ausduschen! Nein! Ja, aber der links da, oder? Du musst den erwischen. Halt's weit! Ah! Denkt da an. What the fuck? Stellt dich einfach auf die Vorhörkabin. Er stellt dich jetzt auf die Vorhörkabin. So, keine Föller beim Holz. Naja... Easy, easy. First Try Föller. Er holt mich jetzt. Jetzt geht's ab. Warte, warum? Immer am Anfang beim Holz. Warte. Er war der Erste, der die Kälte hat. Ui. Du weißt, das ist eh so schwer. Schwere Partie sind nur auf oben am Berg. Hm. Du hast meine erste Karambolage, das ist schon geschützt. Dann wird er dann mit der Prost rausgehen. Ja, bleib! 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 Auf dem kannst du bleib. Er führt dich heim. Der führt dich heim. Hoffentlich. Jetzt gibt's Stammbau. Oh, ich schieb Benz. Der ist sauber gewesen. Der war sauber. Heißt du Trottl. Achso, entschuldige. Du schiebst schon. Hammer oder? Was? Lebrunay? Nein, 10. Das ist ein guter Tee. Schmeckt glücklich wie ein bisschen. Oder wie ein Tee. Mhm. Er schmeckt so wie ein Tee riecht. Gelegen mal. Guck mal, Steiner. Er schmeckt so wie ein Tee riecht. Der Hund feitet sich wieder durch. Und wir können bald wieder saufen. Kost. Nichts. Wir sind jetzt ja zuerst einmal im Leo-Lack. Alter, jetzt warst du fast ein Ball. Du hast schon den Boden auf, der Ball. Der Ball? Bist du gescheit? Jetzt warst du gescheit. Du hast gescheit auf der Scherel-Deckel. Alter! Da kalkuliert er. Ist aber Hardcore. Bist du Deppert? Oder? Alter, ist das Arsch. Wo willst du hin? Habera! 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 Also ich werde vom Start rufen. Ja, aber jetzt geht's mir raus. War aber knapp, eigentlich. Ja, ich hab ein bisschen dran geduckt. Ui. Ha ha ha. Fui verraben. Ich bin Leo noch da zu schauen. Aber irgendwie bringt es das nicht so. Nein. Du. Da in den Lastwagen musst du nicht mehr fahren. Nein. Geht sich aus. Ah, ich hätte... Halt zwei von der Seite! Achso, er will es einfach gut fahren mit einem Lastwagen. Ja, weil da gibt es keinen. Nein, du musst schauen. Das ist Wahnsinn, was du machst. Du willst da fahren. Das ist beim Motor. Beim Motor ist immer ein Auto-Muschen. Oh, schlinge Lastwagen. Alter! Du hast da Lust aufgeschaut, wie es... Auuuui! Weißt du alles? Genau so. Hm? Das sieht alles gut aus. Ja, ich hab wieder gedacht... Das bist runtergerutscht! Warum, Alter? Wir sind nicht festgehalten. Bro, Angst gehabt habe ich nicht stehen. Der war so gut. Ich glaube, der war so ausgegrafen. Der Schluss war ziemlich erbärmlich. Von dem her war es gesamt. Von der Zeit ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Okay. Nein, der war voll was machen. Da ist ein Crash-Haus. Achtung, der duscht. Ja, Alter! Schon wieder ein Crash im Karawankel da unten. Karawankel? Jawohl. Nicht alle fliegen. Ja, der Lastwagen ist ausgewichen, Alter! Jetzt schaut sich gut aus. Da willst du einen Crash geben. Ja, du willst duschen. Oh, gut duckt. Ich kann mich nicht ducken mit dem Spiel. Nein! Der hätte sogar sicher durchgeführt. Du hast gesehen, der jetzt viel recht nicht vorbei kam. Nein, der hat unschränke gemacht. Ich habe auch noch einen. Sicher der Ochte. Ui! Boah! Da fang ich mich schon ins Tupen raus. Der fährt nicht weiter. Der hat keinen Vorhörkappen mehr. Oh, ah! Ja, okay. Da habe ich auch Angst. Da fährt der Hauer hin. Bist du da? Warum hupst du denn da? Schau, wie die Lastwagen fahren, Alter! Wie die ärgsten Zigeiner! Nein, die Zigeiner. Oh, den hast du jetzt erstört. Im Prinzip ist das ein bisschen ein Poker-Spiel. Du musst dir die Reihe suchen, die richtige, und dann bleibst du stehen. Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ja, schau. Nein, ich glaube, weil der Vorhörer immer irgendwelche anderen. Erst noch. Auf den Rechten geh. Auf den Rechten geh. Scheiße. Alter, was ist denn das, Alter? Hup, so viel! Da habe ich auch gekauft. Ja, iss. Besucht euch die Richtigen. Mein Problem wird, dass ich mal auf die Lasten drauf bleibe. Ja, das kenne ich. Wo fahrt ihr denn die Schweinlingen hin? Alter, easy! Alter! Der wird noch wifftig! Nein! Blödsinn! Schwab-O-La-Tur! Zur zweiten Stage haben wir noch wifft gespielt, oder? Voll! Ja! Ich tue nicht! Hörst du? Ja! Gleich wie du ausgegangen bist! Jetzt nicht gehört! Das ist wie damals bei Cuphead! Nein! Blödsinn! Bei Python Souls! Ich fang jetzt wieder mit der Gen 3 da! So, das waren Clustertrucks Level 2, alle Stages! Die Steaks haben sich gebracht, schmeckt geil, schmeckt wie Tee! Also, wenn ihr mir geilen Teegeschmack braucht, braucht ihr gerade in das Karatehaus gehen, spürt ihr zum Clustertruck und ballert euch Tiger Road mit Race rein! Und dann hast du irgendwann noch die Lasten auf dem Hupfen!